Eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund von Martin Luther Eine Schrift über das Gebet Von Herzen beten Auch sollst du wissen, dass ich diese Worte nicht alle im Gebet gesprochen haben will. Denn da würde doch zuletzt ein Geplapper und nichts als leeres Geschwätz draus aus dem Buch oder Buchstaben dahergelesen, wie die Rosenkränze bei den Laien und die Gebete der Pfaffen und Mönche gewesen sind. Sondern ich will das Herz damit angereizt und unterrichtet haben, was es für Gedanken beim Vaterunser fassen soll. Solche Gedanken aber kann das Herz, wenn es recht erwärmt zu beten geneigt ist, wohl mit ganz anderen Worten, auch wohl mit weniger oder mehr Worten aussprechen. Denn ich selbst binde mich auch an solche Worte und Silben nicht, Sondern spreche die Worte heute so, morgen anders, je nachdem mir zumute ist. Bleibe aber doch gleichwohl bei denselben Gedanken und Sinn, so nahe ich immer kann. Es kommt wohl oft vor, dass ich bei einem Stück oder einer Bitte in so viele Gedanken komme, dass ich die anderen sechs alle anstehen lasse. Und wenn solche reichen, guten Gedanken kommen, so soll man die anderen Gebete fahren lassen und solchen Gedanken Raum geben und still zuhören und sie bei Leibe nicht hindern. Denn da predigt der Heilige Geist selbst. Und ein Wort ist von seiner Predigt weit besser als tausend unserer Gebete. Und ich habe so auch oft mehr in einem Gebet gelernt, als ich aus viel Lesen und Nachsinnen hätte kriegen können. Darum ist es die Hauptsache, dass ich das Herz zum Gebet frei und geneigt mache, wie auch Sirach 18, Vers 23 sagt. Was ist anders als Gott versuchen, wenn das Maul plappert und das Herz anderswo zerstreut ist? Wie jener Pfaff, der auf diese Weise betet. Gott, lass mir Hilfe zukommen. Knecht, hast du angespannt? Herr, eile mir zu helfen. Magd, geh und melke die Kuh. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lauf, Bube, dass dich das Fieber schüttle. Solche Gebete habe ich während meiner Zeit im Papsttum viel gehört und erfahren und es sind fast alle ihre Gebete dieser Art. Damit wird Gott verspottet und es wäre besser, sie spielten stattdessen, wenn sie schon nichts Besseres tun könnten oder wollten. Denn ich habe selbst solche Stundengebete viel gebetet. Leider und so, dass der Psalm oder die Zeit aus war, ehe ich gewahr wurde, ob ich erst angefangen hatte oder schon mittendrin war. Und obwohl sie nicht alle mündlich so herausfahren, wie oben genannter Pfaff, die Geschäfte und das Gebet durcheinander werfen, so tun sie doch im Herzen mit den Gedanken so, kommen vom Hundertsten ins Tausendste und wenn's aus ist, wissen sie nicht, was sie gemacht haben oder wo sie überall hindurchgekommen sind. Sie fangen an, lobe Gott, und flugs sind sie im Wolkenkuckucksheim. So meine ich, es würde niemandem ein lächerlicheres Gaukelspiel begegnen können, als wenn er die Gedanken sehen könnte, die ein kaltes, unandächtiges Herz im Gebet zusammentreibt. Aber nun sehe ich, Gottlob, gut, dass es nicht ein feines Gebet ist, wenn einer vergisst, was er geredet hat. Denn in einem rechten Gebet gedenkt man gar fein aller Worte und Gedanken, vom Anfang bis zum Ende des Gebets. So auch ein guter, fleißiger Barbier. Er muss seine Gedanken, Sinne und Augen gar genau auf das Messer und auf die Haare richten und nicht vergessen, woran er sei am Rasieren oder am Schneiden. Wenn er aber zugleich viel will plaudern und anderswohin denken oder gucken, würde er einem wohl Maul und Nase, die Kehle dazu abschneiden. So will auch jedes Ding, wenn es gut gemacht werden soll, den Menschen ganz haben mit allen Sinnen und Gliedern. Wie man sagt, ein auf vielerlei bedachter Sinn taugt wenig fürs Einzelne. Wer mancherlei denkt, denkt nichts, macht auch nichts Gutes. Wie viel mehr will das Gebet das Herz einzig, ganz und allein haben? Soll's anders ein gutes Gebet sein? Das ist kurz vom Vaterunser oder vom Gebet gesagt, wie ich selbst zu beten pflege. Denn auch heute sauge ich am Vaterunser wie ein Kind, trinke und esse von ihm wie ein alter Mensch, kann seiner nicht satt werden. Und es ist mir auch über den Psalter hinaus, den ich doch sehr lieb habe, das allerbeste Gebet. Fürwahr, es findet sich, dass es der rechte Meister aufgestellt und gelehrt hat. Und es ist ein Jammer über alle Jammer, dass ein solches Gebet, eines solchen Meisters, so ohne Andacht zerplappert und zerklappert werden muss in aller Welt. Viele beten im Jahr vielleicht etliche tausend Vaterunser. Und wenn sie tausend Jahre so beten sollten, so hätten sie doch keinen einzigen Buchstaben oder Tüttel davon geschmeckt, noch gebetet. Kurz, Das Vaterunser ist der größte Märtyrer auf Erden. Denn jedermann plagt es und missbraucht es. Wenige tröstet es und machen es fröhlich durch rechten Gebrauch.